Es gibt spezielle Anwendungsbereiche, bei denen weißes Licht nicht die optimale Sicht ermöglicht. Hierfür hat Heller Arbeitsscheinwerfer mit farbigen Abschussscheiben. Der Einsatz von Arbeitsscheinwerfern mit farbigen Abschussscheiben empfiehlt sich besonders für die Ausleuchtung von hellen Oberflächen sowie für Arbeiten mit reflektierenden Gegenständen. Häufigste Anwendungsbereiche sind Winterdienstfahrzeuge, Bodenspritzen oder Fahrzeuge im Bergbau. Warum ist das so? Die farbige Lichtscheibe dieser Scheinwerfer bieten dem Anwender viele Vorteile. Verringert die Reflexion und damit keine Blindwirkung. Erhöht deutlich die Kontrastwahrnehmung, verbessert die Sicht bei Nebel und Staub und reduziert dadurch Ermüdungserscheinungen und erhöht den Arbeitskomfort. Nun stellt sich natürlich die Frage, welche Farbe soll ich für meine Anwendung nutzen? Das orange Licht optimiert die Sicht besonders bei schlechten Lichtverhältnissen wie zum Beispiel Nebel und Staub. Auf grundgesetzlicher Vorschriften dürfen orange Scheinwerfer nur nach hinten gerichtet werden, wie hier bei diesem Winterdienstfahrzeug. Das blaue Licht kommt vor allem in der Landwirtschaft zum Einsatz. Die blaue Abschlussscheibe bietet eine ideale Lösung für effizientes Arbeiten mit Bodensprühfahrzeugen. Der Fahrer empfindet keinerlei Blendung und alle Düsen sind für ihn gut sichtbar. Und denken Sie immer daran, wer gut sieht, kann sicher und effizient arbeiten.